Dass wir eine Beschränkung, eine Begrenzung leben, die in Wahrheit nicht herrscht. Und die wenigsten Leute bringen wirklich ihr Denken, ihre Ansichten, ihre Meinungen, ihre Überzeugungen, ihre Aussagen, ihre Annahmen in Einklang mit dem Raum der unbegrenzten Möglichkeiten, aller Potenziale, der Unendlichkeit, der Grenzenlosigkeit. Weil wir natürlich konditioniert worden sind, schon alleine durch das Sprichwort, sei nicht grenzenlos oder maßlos. Du bist maßlos. Das ist eine Anschuldigung, das ist etwas Negatives, wenn uns jemand sagt, du bist maßlos. Aber es ist die Wahrheit. Du bist maßlos. Wir sind alle maßlos. Wir sind nicht zu messen. Es gibt kein Maß, an dem wir gemessen werden können in Wahrheit.